Heute geht es um ein Spielzeug, Werkzeug, ich glaube nicht in der Sicht des Betrachters. Für mich war es beides, ein Werkzeug und ein Spielzeug und es hat mir echt viel, viel Bock und Spaß gemacht. Euch möchte ich jetzt dabei mitnehmen und es geht nicht nur um die Einrichtung und Konfiguration, sondern das, was ihr mit Home Assistant dann damit machen könnt. Und zwar geht es darum. Ulanzi TC001 und mit Kastenfirma geflasht. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dabei! Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Smart Home & More. Mein Name ist Tobias Lerch. Ja, und ihr seht schon, ich habe ein richtiges Grinsen im Gesicht, weil heute geht es hier um dieses coole Teil her. Und zwar ist das Ulanzi TC001 geflasht mit der Kastenfirma Aortrix 3. Und da habe ich so viel Spaß daran gehabt an der Umsetzung. Ich habe mich damit die letzten Wochen immer mal wieder beschäftigt. Auch auf dem Discord-Server mit jemandem zusammen haben wir da Fehler herausgefunden. Wir haben ein Workaround erarbeitet. Wir haben tolle Skripte erstellt für Home Assistant. Und genau darum geht es. Um die Möglichkeiten und die Umsetzung, die ihr in Home Assistant damit habt. Jetzt habe ich aber vor ein paar Tagen den Fernseher angehabt, ein wenig bei YouTube geschaut. Und es kriegt eine Benachrichtigung. Der Matthias vom Kanal Hausautomation hat ein neues Video rausgebracht. Ich habe mir das dann angeschaut und bin fast vom Hocker gefallen. Er hat jetzt genau das gleiche gemacht, nämlich das Thema Aortrix 3 und Ulanzi TC001. Das hat mir dann keine Ruhe mehr gelassen. Ich war mitten in der Nacht, ich meine sogar Nacht 12, mitten in der Woche. Ich konnte auch nicht schlafen. Ich habe ihn dann direkt angeschrieben und habe ihn gefragt, du Matthias, sag einmal, wie sieht es aus, ich möchte da jetzt eigentlich auch ein Video zu machen. Und habe es in der Pipeline gehabt, habe es nur aufgrund eines Bugs, der nämlich da enthalten ist, noch nicht getan. Er hat mir nur geantwortet, du, Tobias, überhaupt kein Problem. Machst desto mehr Szenen, desto besser ist es. Und insofern mache ich das jetzt auch und der Fokus liegt jetzt hier auch auf etwas anderem. Wenn ihr etwas wissen wollt zur Installation, zu den ganzen Basics, zu den ganzen Grundlagen, dann kann ich euch das Video von Matthias absolut dazu empfehlen. Schaut es euch an, ich habe es mir dann auch angeschaut. Und es ist richtig gut, damit wisst ihr alles. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den ihr bei Matthias bekommt, den ich nicht habe. Und zwar habe ich bei der Firma Ulanzi nachgefragt nach einem Affiliate-Link. Ihr habt keine Antwort gekriegt. Vielleicht bin ich zu klein. Matthias' Kanal ist deutlich größer. Wahrscheinlich hat er eine Antwort erhalten. Er hat nämlich einen Affiliate-Link von Ulanzi, sodass ihr wahrscheinlich auch dort vergünstigt dieses Display bekommen könnt. Empfehle ich euch, unterstützt auch Matthias damit. Sehr gerne und kauft dann da das Produkt. Ich meine, er hat sogar zwei Links drin gehabt. Ich habe jetzt halt keinen, macht aber nichts. Ich freue mich jetzt trotzdem auf den Content und euch zu präsentieren, was wir hier gemacht haben. Und ich sage jetzt bewusst wir, weil ich habe auch Unterstützung in dem Fall auf meinem Discord-Server gehabt, von einem Moderator, mit dem ich an diesem Thema zusammengearbeitet habe. Er hat auch viele Teile des Codes hergestellt. Herr Spiegelmann, an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Unterstützung. Auch diese Zusammenarbeit hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und wie wir da diese Bugs analysiert haben, kommen wir gleich noch zu. War sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und ja, eine schöne Aufgabe, die jetzt zu einer sehr guten Lösung geführt hat. Ihr könnt mit diesem Display so viel machen. Müllkalender. Wann muss der Müll rausgestellt werden? PV-Überschuss. Indikationen. Kann ich gerade im Haus die Waschmaschine oder Geschirrspielmaschine einstellen? All die Sachen und noch viel mehr. Ihr habt sicherlich auch noch Ideen. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren hinein, was euch noch dazu einfällt. Und jetzt wollen wir nicht mehr lange herumreden. Wir starten durch. Nach der Installation gehen wir als erstes dann mal auf die Webseite von unserem Display. Die IP-Adresse könnt ihr dann in euren Router herausfinden, die dort entsprechend vergeben wurde. Wichtig ist, dass wir bei MQTT hier einen Präfix einstellen. Ich habe jetzt überall auch für die Skripte, die ich euch hintergeben werde, den Präfix ORTRIX genommen. Das bedeutet, ihr könnt das auch bei jedem Display gleich machen. Und dann werden alle Displays auch das gleiche anzeigen. Das finde ich eine relativ praktische Angelegenheit. So muss ich nur einmal etwas erstellen und kann damit halt auch alle Displays entsprechend ansteuern. Ich habe jetzt zwei im Einsatz. Kommt vielleicht sogar noch mehr hinzu. Home Assistant Discovery ermöglicht es uns, dass, wenn wir diesen Haken anhaben, dass uns dann auch die Entitäten in Home Assistant angezeigt werden. Dazu noch eine Kleinigkeit zu ergänzen. Wenn das passiert ist, dann findet ihr hinterher, nachdem ihr gespeichert habt und neu gestaltet habt, hier dieses Gerät ORTRIX mit der entsprechenden Bezeichnung und dann entsprechende Entitäten, die ihr auch schalten könntet. Ich rate euch davon ab, das zu tun. Wenn ihr anfangt, hier diese Entitäten zu nutzen und diese zu beschreiben, dann wird euer RAM, den ihr hier auch euch anschauen könnt, sukzessive immer geringer. Und das hat folgenden Hintergrund. In der MQTT-Auto-Discovery-Funktion, in der Library, ist ein Fehler drin. Und der verursacht ein sogenanntes Memory-Leak. Das heißt, der Speicher wird immer wieder voller und der wird nicht freigegeben. Insofern, um dieses Problem zu umgehen und dass es gar nicht so weit kommt, dass der RAM dahinter voll ist, weil dann kann es zu einem Reboot des Systems führen. Noch schlimmer, zum Beispiel beim Kollegen war es so, dass dann der Access-Point-Modus dann nur anging. Das wollen wir alles gar nicht haben und deswegen haben wir euch Skripte erstellt. Da kommen wir aber gleich dann zu. Was aber durchaus verwertbar ist, das sind genau diese Sensoriken hier. Batteriestand, darüber kann man jetzt auch streiten. Eine Batterie in dem Teil macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn. Aber gut, sie ist halt nun mal drin. Stört mich jetzt nicht. Okay, ist halt so. Aber wichtig ist zum Beispiel der Free RAM oder auch die Uptime. Ist mal ganz interessant zu sehen, wie die denn so ist. Diesen Free RAM, den können wir aber auch wieder nutzen, um zu überwachen, dass auch wirklich alles in Ordnung ist. Und wenn mal was schief geht, kann man darauf reagieren. Auch das habe ich in der Automatisierung eingebaut. Wieder zurück zum Ortrex 3. Dann schauen wir mal hier auf Live View. Dann sehen wir gerade, was hier alles dann auch dargestellt wird. Und jeder dieser Reiter ist ein sogenanntes App. Und diese Apps, die kann man auch quasi über Home Assistant dann registrieren und beschreiben. Mit Icon und Text, der dahinter steht. Hier sieht man zum Beispiel die grüne Tonne, dass die rausgestellt werden soll, weil die morgen abgeholt wird. Hier oben sieht man diese Indikatoren, die dann zum Beispiel bei mir anzeigen. Okay, es ist gerade kein PV-Überschuss da. Und vor allen Dingen, der Preis bei Tibber ist momentan zu hoch. Deswegen weiß meine Frau und ich Bescheid. Wir sollten jetzt nicht unbedingt die größten Verbraucher einschalten. Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich das Video gerade aufnehme mit der GPU. Die zieht echt viel Energie. Nicht gut für uns, nicht gut für unseren Akku. Aber dem ist halt so. Das habt ihr hier und jetzt wollt ihr aber diese Icons natürlich auch in eurer Automatisierung verwenden. Und dafür müsst ihr diese allerdings bei euch erstmal hier auf dieses System lokal bringen. Das heißt, habt ihr mehrere, müsst ihr, wenn ihr die gleichen Icons verwenden wollt, das auf dem jeweiligen Gerät immer einmal durchführen. Und ich habe euch auch die Seite verlinkt, wo ihr diese Icon-Nummern dann auch findet. Ihr gebt hier zum Beispiel irgendetwas ein, was ihr haben wollt. Ich habe jetzt mal Christmas genommen. Jetzt nehmen wir mal hier dieses Gesicht 4894. Dann tippt ihr hier die 4894 ein. Dann erscheint dieses Gesicht, geht dann auf Download und hinterher auf Save Configuration. So, wenn das Ganze dann erledigt ist, dann habt ihr, dass es dieses Icon bei euch auch hinterlegt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ihr beruft dann über die ID hinterher das Ganze dann auch ab. Nun ein kleiner Hinweis. Das Video von Matthias vom Kanal Hausautomation werde ich euch ebenfalls in meiner Videobeschreibung verlinken. Alle Codesnippets und Templates werdet ihr bei mir auf der Blogseite www.https.doppel.doppel.slash.smarthomeundmoor.de wiederfinden. Dann würde ich mich natürlich freuen, euch auch auf meinem Discord-Server begrüßen zu können. Dort ist eine sehr große Community auch schon vertreten, die sehr, sehr hilfreich sind. Das ist total toll übrigens, was ihr an der Stelle dort auch so macht und veranstaltet. Super, klasse. Ich selber habe dort auch schon die eine oder andere Hilfestellung bekommen. Dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Kommentiert auch kräftig und teilt auch gerne das Video. Erst dann stellt YouTube fest, dass so ein Video auch gefragt ist und gern geschaut wird und verbreitet es auch weiter. Würde mich natürlich ungemein freuen. Auch natürlich, wenn ihr mir ein Abonnement geben würdet. Ansonsten bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen als weiter im Kontext. Wenn das Ganze dann geschehen ist, wollen wir jetzt ja neue Apps auch registrieren. Das könnt ihr machen, indem ihr ein Skript euch erstellt. Und ich habe das jetzt schon mal angelegt. Ich habe verschiedene Skripte für euch zusammen mit dem Herrn Spiegelmann generiert, die es euch ermöglichen, das dann hinterher in eurer Automatisierung zu nutzen. Einmal ist es das Skript New App. Dort gibt er diesen Topic-Namen ein und dieser Topic-Name wiederum, das ist im Prinzip der App-Name, der dann halt hinterher generiert werden soll. Bei Temperatur habe ich zum Beispiel Temperatur genommen. Bei Tibber habe ich Tibber geschrieben und der ist eindeutig. Das heißt, immer wenn ihr diesen Topic-Namen verwendet, dann wird auch dieses Topic beschrieben. Wollt ihr hinterher diese App, also Topic ist gleich App, wenn ihr das einmal angelegt habt, dann müsst ihr das explizit auch wieder löschen. Dafür habe ich dann auch eine Delete-Funktion. Zeige ich euch aber dann im weiteren Kontext auch noch. Also wir haben jetzt also verschiedene Eingabefelder, die in der Automatisierung aufgerufen werden können. Topic-Name, Text ist der Inhalt, also das, was ihr schreiben wollt. Icon ist die Icon-ID, also diese Nummer, die wir jetzt hier eingegeben haben. Rainbow ist, dass das Ganze farblich, der Text farblich in so Regenbogenfagen dargestellt wird. Spielerei, ich habe es jetzt nicht in Verwendung. Lifetime, da könnt ihr direkt sagen, in Sekunden, wie lange soll denn diese App registriert sein, bevor sie sich automatisch wieder löscht. Das heißt, dann braucht ihr sie nicht mehr manuell löschen. Dann Duration ist, wie lange der Text denn auch angezeigt werden soll. Das scrollt dann immer so durch, wie bei der grünen Tonne, die wir vorher mal gesehen haben. Wenn ihr die Zeit jetzt zum Beispiel auf 10 Sekunden macht, dann läuft nach 10 Sekunden halt die nächste App wieder weiter. Text Case ist, ja, wie dieser Text, also ob der großgeschrieben oder klein und großbuchstaben halt sein soll, könnt ihr das Ganze auch entsprechend einspielen, stellen. Und Show Immediately, ja, selbstreden, wenn ich diese Variable setze, wird sofort der Text angezeigt und nicht die ganzen Apps erstmal durchgetoggelt. Dann hier ist dann das eigentliche Template, was zur MQTT-Veröffentlichung dient. Und wenn ihr jetzt ein anderes Präfix gewählt habt, dann müsst ihr an der Stelle hier das Ortricks gegen eure Präfix austauschen. Das ist dann wichtig zu wissen. Der Rest bleibt dann einfach gleich. So, dann haben wir hier eine weitere Funktion, die uns dann hier zum Beispiel das Show Immediately gleich True setzt und dann diese MQTT-Message etwas anderes gestaltet, dass man den Namen dann halt quasi in den Vordergrund rückt. Also sprich, das wird dann sofort dargestellt. Das war New App. Dann haben wir Delete App. Da passiert nichts weiter, als dass ich den Topic-Namen eingebe und dann wird entsprechend diese App, die registriert wurde, auch wieder gelöscht. Als nächstes haben wir noch Power On und Power Off und Reboot. Ich glaube, die sind selbsterklärend. Mit Power Off schalte ich das Display aus, also ich schalte nicht das gesamte System aus. Mit Power On schalte ich es wieder ein. Kleiner Hinweis dazu. Ist mir nämlich passiert und auch dem Herrn Spiegelmann, mit dem wir das gemacht haben, morgens frühs machen auf einmal die Displays aus. Ich hatte schon gedacht, die werden abgestürzt und habe die dann rebooted. War gar nicht so. Ich habe bei mir in der Automatisierung ein Light Turn Off und zwar All. Das heißt, alle Lichter ausgeschaltet werden. Und das Aortrex 3 Display wird ebenfalls als Licht interpretiert. Insofern wurde es abgeschaltet. Ich habe jetzt in meiner Automatisierung zunächst ein Power Off davor geschaltet, damit ich nicht die Entitäten von dem NQTT Auto Discovery verwendere und habe bei, wenn ich dann halt den Nachtmodus zum Beispiel wieder deaktiviere, dann ein Power On verwendet. Dann habe ich noch ein Reboot Skript, was nichts anderes macht, als dann das Teil tatsächlich zu rebooten. Ich überwache also den Rahmen. Wenn der Rahmen an eine kritische Grenze kommt, die liegt so ungefähr bei 40k und ich habe es auf 50k gesetzt, dann reboote ich es sicherheitshalber, weil dann weiß ich, ich kann es auf jeden Fall noch ansprechen. Habe ich bis jetzt nicht gebraucht, aber könnte ja sein, dass man es verbraucht. Weitere interessante Funktion ist dieser Indicator hier. Hier kann man mit der Zahl 1, 2 und 3 angeben, ob man den oben links in der Mitte oder unten rechts ansprechen möchte. Hier übergibt eine Farbe an der Stelle in der Automatisierung, ob das so eingefettet werden soll und zwar wie viele Millisekunden das Ganze passieren soll. Das waren jetzt so die wichtigsten gewesen. Nochmal zur Erinnerung, wenn ich jetzt einfach ein App anlege, dann muss ich es hinterher auch wieder löschen. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Automatisierung. Und in der Automatisierung habe ich jetzt bei mir das so gehandhabt, dass ich auf die Zustände triggere. Also ich habe hier alle Zustände reingenommen, also ob der Tiberpreis sich verändert, ob PV-Power sich verändert, die Außentemperatur, Batterie-SoC, da nehmt ihr rein, was immer ihr wollt. YouTube-Views, das ist für euch wahrscheinlich uninteressant, könnt ihr raus machen und die Müllinformationen. Müllinformationen ist vielleicht noch etwas, da kriegt ihr gleich noch einen Bonus von mir. Dann braucht ihr nämlich kein Waste-Collection-API oder sonst noch was. Das geht viel puristischer, ist aus meiner Sicht vollkommen ausreichend und auch pflegbarer. Ich mag es nicht, tausend verschiedene APIs und sowas zu verwenden. Vor allen Dingen bin ich so unabhängig auch vom Internet und kann meine Waste-Collection damit auch selber gestalten. Kommen wir aber gleich zu. Gut, hier noch die Likes, die auf einem Video sind. Und darauf löst es dann auch aus, ist für mich nur, damit ich nicht immer aufs Handy gucke, so kann ich einfach aufs Display dann auch schauen, wenn das Ganze kommt. Und ich kriege dann keinen Ärger von meiner Frau, wenn ich immer mal nach einem neuen Video gucke, wie läuft es denn gerade so, wie verformt es denn. Gut, und dann rufe ich hier die Skripte auf. Ich werde jetzt einfach mal ein neues Skript anlegen an der Stelle, also ein neues Skript aufrufen. Das könnt ihr tun, indem ihr skript.ortrix.newapp macht. Und jetzt seht ihr auch, jetzt könnt ihr hier den Topic-Namen einstellen, den Text eingeben, also sprich, ihr wollt jetzt Temp2, gebt hier dann einen Text ein, Hallo. Und gebt hier die Icon-Nummer ein, wie jetzt in diesem Fall zum Beispiel 4894. Könnt ihr jetzt noch sagen, ja, ich möchte es in Regenbogenfarben haben, Lifetime, ja, lassen wir auf Null. Hier, das soll dann 10 Sekunden angezeigt werden und das Text-Case steht hier nochmal, Uppercase oder Show Assistant. Showed Emidity, dass es sofort angezeigt wird. So sieht eigentlich so ein Skript aus. Das heißt, viel mehr müsst ihr nicht machen. So habe ich das bei mir auch umgesetzt. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal ein Skript für Tibber und habe aber an der Stelle hier die Entitätsinhalte dann auch übergeben. Das heißt, das, was in meinen Entität zum Preis von Tibber steht, trage ich jetzt als Text ein. Dann geht es natürlich auch in den YAML-Modus. Damit muss man halt leben. Dann sieht man das hier nicht mehr so schön im visuellen Editor. Das geht dann einfach nicht. Aber klar, ich handhabe das so, dass ich die anderen Settings eigentlich immer alle so über die GUI setze und hinterher zum Schluss dann meine Entität, mein Template-Entität an der Stelle hier auch eintrage. Dann habe ich hier meinen Solar-Power, auch mit der Icon-ID hier und was halt aktuell von der PV-Anlage runterkommt, ist nicht so viel. Außentemperatur, Hausspeicher, YouTube-Views und Likes. Nochmal die Anmerkung beim letzten Video, das Helfer-Video-Compendium 2 war das gewesen. Könnt ihr gerne noch ein bisschen mehr gucken, da war etwas zu wenig. Aber hat ja vielleicht auch seinen Grund und ist auch gerechtfertigt. Gut, dann Indikator für PV oder günstigen Preis habe ich in der Automatisierung gepackt, mit zwei Bedingungen versehen. Wenn meine Leistung von der PV-Anlage über 1.500 ist oder aber der Preis unter 28 Cent ist, dann lohnt es sich, dass meine Frau auch Geräte einschalten kann. So und das ist dann hier über den Indikator gesetzt. Ich habe dann den oben links verwendet, den ich dann grün mache. Wenn das nicht der Fall ist, soll das Ganze rot werden, was jetzt auch hier in unserem Fall aktuell so sein sollte. Wenn wir jetzt hier mal aufs Live-View gucken, sehen wir hier den Indikator, der ist jetzt rot. Auch richtig, weil ich habe jetzt keine Energie zur Verfügung. Dann kommt was Spannendes, nämlich die Abfallanzeige. Und da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein. Ich habe drei Tonnen hinterlegt und habe einmal für einen gelben Sack, für die graue Tonne und für die grüne Tonne eine Option. Das heißt, wenn sich etwas verändert und zwar ein Template verändert, dann soll er mir die jeweilige Tonne anzeigen. Und das Coole ist an dieser ganzen Geschichte, wie ich das jetzt umgesetzt habe, dass dieses Template nur dann Gültigkeit hat, wenn es ein Tag vor dem Abholtermin ist, der Mülltonne und so lange, bis ich entweder einen Button drücke, eine Taste drücke oder aber bis dann dieser Tag dann auch abgelaufen ist. Also sprich, der Abholtag rum ist. Diese zwei Varianten gibt es. Was danach passiert ist, dass ich dann diese App wieder lösche, weil wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft, dann brauche ich die App ja nicht mehr. Und dann muss ich es löschen, damit ich es nicht angezeigt bekomme und der Text weiterhin da steht. Dann habe ich noch eine Funktion drin, wenn der Arbeitsspeicher von einer der beiden Displays unter 50K ist, dann soll das ganze System quasi rebooted werden. Dafür rufe ich dann das MQTT-Script Reboot, Altrix Reboot auf. Damit ist die ganze Sache dann auch schon erledigt. Jetzt sind wir schon mit dem Standard am Ende angelangt, aber jetzt kommt der Bonus. Ich habe bei mir einen Abfallkalender. Und dieser Abfallkalender, der zeigt mir an, dass entweder die grüne Tonne, die graue Tonne oder der gelbe Sack entsprechend abgeholt wird. Um jetzt hier mal zu sehen. Und jetzt sehen wir hier, heute ist zum Beispiel die grüne Tonne dran. Okay, das habe ich jetzt manuell eingetragen. Das Ganze ist auf Basis eines iCal-Kanäleners. Und ich habe das bewusst gewählt, weil ich hatte keinen Bock gehabt, mich da mit den ganzen Abis auseinanderzusetzen. Weil ich importiere einmal im Jahr diesen iCal und dann ist gut, dann habe ich Ruhe. Und solange mir die zur Verfügung gestellt wird, ist gut. Das ist in der Regel der Fall. Wenn nicht, kann ich immer noch hergehen und kann meine eigenen Termine auch eintragen. So, das könnt ihr machen, indem ihr auf Einstellungen, Geräte und Dienste geht. Integration hinzufügen. Ihr sagt einfach Kalender. Lokaler Kalender. So, und dann könnt ihr hier auswählen. Einen iCalender ICS hochladen. So, und dann nehmt ihr diese ICS-Datei von dem Kalender und ladet die einfach hier hoch. Und gebt hier Namen ein, Test 2. Und schiebt jetzt hier das ICS-File rein. Und fertig ist die Sache. Dann habt ihr hier so einen Kalender. Ich habe ihn in meinem Fall Abfall genannt, wo dann die Termine alle drinstehen. So, und um jetzt angezeigt zu bekommen, jetzt gehen wir mal hier auf das Dashboard, dass zum Beispiel die grüne Tonne rausgestellt werden soll. Da liegt jetzt ein Template hinter. Und dieses Template ist ein Template-Helfer. Und ich öffne es mal kurz. Und dieser Template-Helfer, der macht nichts anderes. Ihr könnt euch das dann auch kopieren. Er guckt jetzt hier im Kalender, einen Tag vorher, ob dort eine neue Message da ist. Und ob diese Message entweder grüne Tonne ist, graue Tonne oder gelbe Tonne. Und wenn das der Fall ist, dann ergänzt er hier rausstellen. Das heißt, dann sagt er hier grüne Tonne rausstellen, gelbe Tonne rausstellen oder graue Tonne rausstellen. Und genau das mache ich mir auch in der Automatisierung, die wir vorhin gesehen haben, zu Nutze. So, wenn jetzt hier zum Beispiel gelber Sack rausstellen ist, also wenn der Zustand Müllinformationen gelber Sack rausstellen ist, also das, was mir dieses Template hier am Ende generiert, wenn jetzt steht hier grüne Tonne rausstellen, dann wird mir mit der entsprechenden ID auch der entsprechende Text und die Grafik angezeigt. Das kann man jetzt aber auch weiterhin nutzen, indem ich jetzt hier in der Übersicht mir dieses Template in einem Mushroom-Template nochmal visualisiere. Auch den Code findet ihr auf meiner Blog-Seite, ich verlinke sie euch. Und dort habt ihr dann die Möglichkeit, ebenfalls darauf zuzugreifen. Und wenn ich jetzt diesen Taster drücke, dann wird die Tonne als rausgestellt erkannt und verschwindet dann auch am nächsten Tag wieder, wenn dieser aktuelle Abholtermin abgelaufen ist, komplett aus dieser Agenda. Ich zeige es euch jetzt mal, indem ich das jetzt manuell hier entferne. Ich lösche jetzt diesen Termin. Und wenn wir jetzt wieder auf das Haus klicken, steht hier kein Müll aktuell. Und so erscheint A, der Quittier-Button, den ihr auch mit einem physischen Taster verbinden könnt. Von Ikea gibt es die zum Beispiel. Dann könnt ihr einfach das über diesen Taster quittieren, indem ihr diesen Helfer aufruft. Das ist ein Input, ein Input-Button, den ich dort verwende. Und es wird nur einen Tag vorher und zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt, okay, jetzt muss der Müll rausgestellt werden. Ich persönlich habe da ein Problem damit, wenn mein Dashboard so überladen ist und mir da 20 Mülltonnen angezeigt werden, die dann in 195 Tagen abgeholt werden. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich will das wissen, wenn ich es brauche, nämlich einen Tag vorher. Weil dann muss ich es rausstellen. Ansonsten bin ich von einer Flut an Informationen übertriggert und vergesse es hinterher eh wieder. Ihr könnt das natürlich hinterher genauso auch für Notifications auf dem Handy verwenden. Das ist vielfältig einsetzbar. Und nun sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ihr seht, ich habe die Beleuchtung zwischenzeitlich hinten repariert. Das Studio ist wieder ganz. Mein persönliches Fazit zu dem Ortrix 3 mit Ulanzer TC001. Super genial. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde da noch ganz vielfältige Dinge mit umsetzen. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Freude an irgendeinem Gerät, an so einem Gimmick gehabt. Also total toll. Kann ich euch nur empfehlen. Sicherlich, klar, ist es vielleicht ein bisschen gewurschtelt. Dafür habt ihr jetzt die Skripte, die machen es euch einfacher. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen hoch. Es ist jetzt etwas länger geworden. Ich weiß es sehr wohl. Aber noch kompakter ließ es sich einfach nicht gestalten. Würde mich sehr freuen. Also über Daumen hoch. Und natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.